hallo heute würde ich euch mal ganz kurz etwas über die seiten interne währung von rola coin.com erklären das ist nämlich rola coin token oder kurz erlte genannt damit kann man hier ganz viele sachen machen und so viele sachen kaufen hauptsächlich unter anderem die nämlich games die ganzen sachen im shop die ganzen meiner die event passiert dem später noch mal auf eingehen werde aber nicht heute die rex ja und so weiter halten und halt noch viele andere sachen und ich brauche diese währung meist wenn es um was kaufen geht also ihr könnt euch das nicht auszahlen weil es ist kein kopter coin also macht euch darum kein kopf wenn ihr hier nichts kaufen braucht ihr diese währung auch nicht auch kein kopf machen keine rolle wenn ihr euch etwas kaufen wollt denn bei dieser währung dann fragt ihr wie kommen wir diese währung an diese währung bekommen kommt ihr entweder durch mining auf der seite da kann man den power of rt setzen und bekommt dann da halt entsprechende rt ihren teil des block rewards raus oder man kann sie einfach kaufen dafür geht man hier auf rtl auf rt nicht auf rtl und ja kauft nicht halt welche die kosten eine kostet genau ein dollar also aktuell in aktuellen wechselkosten die jeweiligen gruppe währungen hier zum beispiel ein tolles mit aktuell fast fast 2000 toshis oder hier entsprechende h und deutsch und so weiter ist ja recht einfach also der preis dieser währung ist immer ein dollar ihr könnt sie nicht zurück tausend heißt wenn ich einmal gekauft habe könnte die derzeit nicht zurück wandeln könnte sich nur ausgeben ja so ist von der einwände ist hier rt habt dann könnte hier einfach im shop gehen und könnt ihr euch hier entsprechend sich ausgeben ja man kann natürlich auch durch referal commission bekommen das geht auch es gibt da ganz gute wege daran zu kommen und später wieder auf den marktplatz der irgendwann mal kommen soll die noch eine rolle spielen ja das was nicht wunder mehr gibt dazu wollen zu sagen es ist einfach aus der kopf machen auf das video gefallen wenn ihr noch ich werde noch nicht vielleicht seit konkrete beschreiben wobei da gibt es einen bonus link damit bekommt ihr bei der anmeldung der tausend toshis gratis ansonsten noch einen schönen guten tag